Hallöchen Leute, willkommen zurück zur 10. Episode von Song of the Deep. Ich bin euer gut gelauter Moderator Davy und wir sind tief, im tiefen Licht. Eher für mich wie ein U-Boot. Und wir müssen jetzt mal schauen, wo uns dieser Weg hier hinführt. Ich bin echt mal gespannt, wann wir eigentlich irgendwas von unserem Vater finden werden. Aber es wird, glaube ich, eher eine kompliziertere Sache. Oh, einmal drehen wir hier, dass das Licht durchgeht. Genau, so war es gedacht. Dann einmal das hier hoch. Ich denke mal, damit wir da hinten die Kiste bekommen. Einmal drehen, nochmal drehen, nochmal drehen. Wunderbar. Aber das muss nochmal gedreht werden, oder? Wir können hier, genau, das hier machen. Nein, das ist nicht so gewollt. So, blau. Wo könnte das blaue hin? Aber das ist nämlich nicht so gewollt. Das ist grün, das ist rot. Das passt alles soweit. Da muss aber das blaue woanders dahin. Aha. Jetzt passt es schon eher. Genau. Jetzt ist es violett. So, jetzt brauchen wir nur noch das gelbe. Wo das gelbe herkommt, das weiß ich selber jetzt noch nicht. So, aber wir müssen da rüber, so wie es ausschaut, auf die andere Seite. Das machen wir mal. Ach so, ich kann hier durch mit dem Boot. Das ist schon mal positiv. So. Wenn das mir hier nichts ausmacht, dann ist es optimal. So, rot. Rot ist nett. Davon gedacht. So, grün. Wo könnte grün hinkommen oder wo muss grün hinkommen? Warte mal. Okay, das funktioniert nicht so, wie ich es will. Blau. Warte mal. Können wir bestimmt drehen. So, warte. Aha. Nein. Nein. Warte mal. So. So, grün. Mhm. Hm. Ich habe eine Idee. Das muss schon so. Okay. Oh Jesus, das ist echt nicht einfach gerade. Aber das passt soweit. Nein. Ich bin echt gerade gefuchst, um ehrlich zu sein. So. Ah, dann haben wir es da. So, jetzt müssen wir das auch drehen, weil wir brauchen ja Gelb. Genau deswegen brauchen wir Gelb dort. So, jetzt haben wir mal das Rätsellösung. Sehr gut. Es ist echt nur Rätsel hier. Rätsel nach Rätsel zu machen. Aber interessante Rätsel, auch wenn es ein bisschen Kopfzerbrechen verursachen tut. Gut. So. Das ist einmal, muss man erstmal hier hin. Okay, das wird auch interessant. Nein. Ja. Hm. Jetzt müssen wir das hier drehen. So. Aber das war jetzt gerade echt take it easy. Okay, auf das scheisse ich da drauf. Auf die paar Münzen für ein Upgrade scheisse ich wirklich drauf. Lieber haben wir gleich, ups. Gleich haben wir hier die nächste Tür eröffnet. Okay, weiter hoch, weiter hoch. Okay, da geht es weiter, aber ich will da rein. Genau. Oh. Oh. Interessant. Dass sie trotzdem getroffen wird. Also, ich muss weiter hoch. Oh, gut. Autsch. Autschi, Autschi, Autschi. Aber das geht hier noch. Oh, okay, da unten ist auch noch was. Wo waren wir hier? Genau. Oh, nehmen wir es mal mit. Haben wir noch die 50 mitgenommen. Oh, 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 oh. Das war knapp. Oh, jetzt rein. Jetzt gehen wir an die nächste Ebene hoch hin. Alter, das ist jetzt schon wieder so eine Rätsel. Also, ich sag mal, die betreiben es ein bisschen, aber nur kleinzüglich mit diesem Rätsel. Oh, scheiße, da darf ich ja noch durch. Gut, jetzt geht das los. Alles klar. Jetzt haben wir... Oh, gucken wir mal, wo uns der Weg hinführt. Ach du meine Güte, das wird halt echt was. Blau muss mehr da hoch. Okay. Wie weit müsste Blau hoch? Das ist die Frage. Ach du Scheiße. Okay. Äh, nein. So sollte es nicht sein. Nein, auch nicht. Auch nicht. Split. So, dann müssen wir irgendwie grün erst mal hochkriegen. Irgendwie muss man jetzt grün hochkriegen. Ja, das Problem ist, ich weiß halt jetzt nicht, wie es mit grün aussieht, da. Ist eher das Problem. Wenn die Kamera jetzt ein bisschen anders da wäre, wäre es optimal. Oh, verdammt. Ich vergesse es jedes Mal, dass ich nicht da durchschwimmen darf. Und jetzt häng mich, oder was? Quatsch. Ja, ja, das Speichern braucht man echt jetzt gerade nicht. Aber das geht automatisch, okay. Mhm. Okay. Echt. Oha. Das hat es echt in sich gerade. Das ist echt kein einfaches Rätsel gerade. Ah. Das kann man auch nicht so drehen, wie man es haben will. Das kommt auch noch dazu. Wenn ich das jetzt hier rüber habe, okay. Gucken wir erst mal. Weil vielleicht muss das wirklich hier rüber. Das, das sieht schon anders da aus. Genau, das muss hier rüber. Das Teil. Haben wir es nämlich hier oben. Genau. Blau drehen. Genau. Wenn wir jetzt rot drehen. Sehr gut. Da haben wir jetzt das Erste. Wunderbar. Das Erste ist jetzt gemeistert. Die Frage ist, wenn ich jetzt das hier wieder wegdrehe. Geht's zu? Ja, natürlich geht es zu. Gut. Brauche ich irgendwas, wo hier drüben reflektiert. Aber was könnte es sein? Was muss das hier sein, dass es hier drüben reflektiert? Genau, das ist das andere Grüne. Ja, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Ja, das ist das. Das ist das, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. So, das wird jetzt zu... Äh, hä hä. Wenn ich das jetzt so gedreht habe, müssen wir mal gucken, was ist das jetzt hier? Nichts. Das ist nichts. Klar kommt es dann da hoch, aber ich verstehe nicht, was hier, warte mal. So, okay. Das ist schon mal jetzt gemacht. So, wenn wir jetzt hier reingehen, fehlt uns aber trotzdem noch das ganz obere. Genau, das ist das blaue. Müssen wir jetzt was anderes irgendwie organisieren. So, raus. So anspruchsvoll auf jeden Fall. Das muss halt jetzt ganz hoch da. Das muss hier gedreht werden. Aber wie tue ich das hier aktivieren, dass das drehen tut? Das ist das, was ich mich dann frage. Wie aktiviere ich diesen Mechanismus? Weil ja eigentlich so muss es aktiviert sein, ne? Aber das muss eher eine Farbe sein. Das muss beides sein. Das ist mein Problem. Das heisst, ich muss das nicht so machen. Genau. Aber... So haben wir es. Das ist doch das Rätselslöser. Also, da durchkommen wir nicht. Dann muss ich... Schwimmen halt so rum. Okay, jetzt hier raus. Autsch. Autsch, 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 Autsch. Die machen echt gerade Probleme. Die Mistviecher. Ekelhafte Dinger. Das Problem ist, man verliert wirklich... Die ziehen uns viel Energie ab. Und das nicht wenig. Also, muss ich jetzt mit diesen Gegner klarkommen. Auf eine Art und Weise. Gut. Verdammt. Boah. Gut, gut, gut. Sehr gut. Einmal speichern. Damit wir es jetzt verstanden haben, was wir machen müssen. Muss ich die erstmal einigermaßen... So, gut. Das ist so aktiviert. Das ist aber nicht mein Ziel. Gucken wir mal, was ist jetzt hier oben, wenn ich dich so aktiviere. Ups, Alter. Okay, da fehlt der... Da ist das eine Teil noch dazwischen. Genau. Sehr gut. Das ist doch schon eher das Ziel von uns. Wunderbar. Wunderbar. Aber mein Problem ist, ich komme jetzt nicht hier durch, bestimmt. Oh, ich muss hier durch. Oh, ich muss jetzt ganz hoch durch. Genau. Autsch. Sehr gut. Boah. Können wir jetzt vielleicht hier durch jetzt wieder? Zack. Oh, sehr gut. Wupp. Oh, und dann schlägt's schon fast 1000 zusammen. Das will man mehr. Und jetzt gehen wir mal hier durch. Oh, das war knapp. Oh, jetzt können wir uns mal darum kümmern noch. Das ist nicht so das Ziel. Das muss so hin. Okay. Jetzt haben wir's. Wunderbar. Komm. Jetzt können wir mit unserem Bootli durch. Wunderbar. Jetzt frage ich mich, was unser Problem noch hier ist. Okay. Da muss ich halt so weitermachen. Genau. Ach, das hört ja gar nicht auf. Jetzt geht's hier weiter mit den Rätseln. Meine Güte. Was ist das? Hm, das muss ich irgendwie aufkriegen dann. Anscheinend. So, gucken wir uns das mal an. Das ist einfach nur wirklich ein Rätselparadies hier oben gerade. Rätsel nach Rätsel nach Rätsel im tiefen Schrei in der Grausamkeit. Okay. Gute Frage. Nächste Frage. Muss ich das selber reflektieren? Oder ist das... Oder muss das die Maschine machen? Gucken wir mal. Hm. Guck mal. Nein, das ist eigentlich nicht mein Ziel. Ich muss dann erstmal mit dem Blauen arbeiten. Genau. So, okay. Da ist das Problem. Das grüne muss. Nein, das war schon richtig. So, okay. Da muss es das rote sein. Sehr gut. Jetzt ist es bei mir. Als Merin mit der finale Bärzelt das ganze Torred starten, mit einem potenziell Hum. Ein großes Blast von Sound schlief aus von der Top der Torre. Merin hat sich schade und blieb von dem Blast. War es lebstständig ein gewisses Sonarbeacon? Wenn es so, was es sei, der Wissen Eine Sinking-fehlung. Sie wusste, dass sie bereits die Antwort wusste. Die Deep Light hat sich verwendet, um die Marrows zu holen. Die Tower's Sonar-Pulse hat eine neue Location zu ihr. Aber sie wollte jetzt sicher, dass sie nie wieder aktiviert werden. Die einzige Möglichkeit zu sein, war die Sonar-Emitter zu entfernen. Dann haben wir es mal ab. Die Sonar, gib ein Sonar-Signal ab, um den versteckten Wege und Objekte zu enthüllen, mit denen du... Die Sonar-Emitter schlug den Emitter aus der Deep Light. Der Humm der Tower schlug. Sie schlug den Emitter in den Rücken des Sub. Vielleicht könnte sie einen Weg finden, um es zu guter Use zu holen. Die Sonar-Emitter schlug den Emitter in den Rücken des Sub. Ja, ich weiss jetzt... Komm. Natürlich reicht es mir nicht mehr, dass ich hochkomme. Schade. Nein! Wow! Das geht aber schnell runter. Da haben wir jetzt einen Haufen Kohle eigentlich da verloren, dazwischen. Aber das ist jetzt egal. Es ist hier kein 100% Let's Play, das ich hier machen wollte mit euch. Dann passt es soweit. So, dann musste das eigentlich jetzt abgeschlossen sein. Ja, genau. Und dann müssen wir jetzt dorthin. So, aber trotzdem interessiert mich das hier schon, was es hier gibt. Hier muss es ja was geben. Weil sonst wäre es ja merkwürdig. Aber anscheinend nix. Doch, hier gibt es da... Da gibt es was Unsichtbares. Guck, da gibt es sogar unsichtbare Dinger, unfassbar. So, dann haben wir es gemacht, gespeichert und ab. Wunderbar. Ja, es war schon ein bisschen ein kleines Rätsel, was auf uns gewartet hat. So, hier muss da auch irgendwo was sein, versteckt. Hier ist auch irgendwo was versteckt. Aber es ist echt cool, dass wir jetzt hier so... Dinger finden könnte. Rein theoretisch. Gucken wir mal hier. Hier muss ja die Truhe hier sein, wo ergeblich versteckt sein sollte. Aber lassen wir es mal. So. Maren hat markt ihr Map, als sie das Deep-Lights-Puls sah. Sie war sicher, es muss die Location ihrer Vater sein. So. Okay. Eigentlich müssen wir ja rein theoretisch noch da runter. Zum Schlund. Ganz runter. So gehen wir mal. Vergrößern wir es mal. Weil da unten ist ja auch noch was. Aber nächstes Ziel ist ja woanders da. Gucken wir mal kurz da unten. Wir können ja uns schnell wieder wegbewegen. Fuck. Okay, da können wir noch nicht hin. Da wurde uns so richtig gerade eben der Arsch aufgerissen, wenn wir mal ehrlich sind. Und das ging ratzefatze sogar. Maren hat markt ihr Map, als sie das Deep-Lights-Puls sah. Sie war sicher, es muss die Location ihrer Vater sein. Alles klar. Wir wissen ja jetzt wo wir hin müssen. Da wo das X ist. Zuerst mal tue ich mich warpen. Und dann. Wo tun wir uns hin warpen? Eigentlich dorthin. Alles klar. So. Zum normalen. Zu Maren's Ruinen. Genau. Hier hin. Richtig. Und hier tun wir noch jetzt. Was tun wir verbessern, was sinnvoll ist. So. Mehr Wasser kühlen. Modifizierte das Kühlsystem, das Turbo-Torpedo. Äh was, um Feuerrad zu erhöhen. Okay. Wenn du Gegner mit einem Magnabombe tötest, erhöht sich die Häufigkeit der Gesundheits-Drops. Okay. Modifiziere die Schubfiene, damit sie sich schneller abkühlen. Und der Schub schneller nachlädt. Was eigentlich auch sinnvoll ist. Klar. Ich wollte eigentlich das hier hier investieren. Erweitert die Reichweite. Eigentlich wollte ich wirklich das hier jetzt investieren. Aber ich denke mal, damit fahren wir eigentlich auch ein gutes Kino. So Leute. Ich bedanke mich vielmals für's Einschannen. Bye. Song of the Deep. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Lasst ein Abo da. Um mich natürlich zu unterstützen. Und nichts von diesem Let's Play und den weiteren Let's Plays in Zukunft zu verpassen. Auch einen Daumen nach oben. Unterstützt meinen Kanal. Und natürlich meine Reichweite. Euer Davey. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschüssi. Kowski.